Ja, herzlich willkommen zu einem kleinen Zwischenbericht. Ich wollte eigentlich nur kurz zum Gagath Outpost, um überzählige Gegenstände zur Bank zu bringen. Und am Eingangstor des Outposts angekommen, treffe ich auf das hier. Wir werden gerade belagert. Da dachte ich mir, schmeiße ich doch mal kurz das Video an. Und dann setzen wir uns mal mit dieser Belagerung auseinander. Kleinen Moment. So, was haben wir denn hier? Nur ein paar Zivax, naja gut. Das schaffen wir auch so. Ich glaube, das ist jetzt die Belagerung oder der Angriff, den ich schon mal erwähnt habe, wo Drachen dabei sind, glaube ich. Naja, wir werden es hier erleben. So, so. Na komm. Hm. So. Hurra. Knights, salutate. Ein bisschen spät jetzt. Achso, ist nicht zu spät. Es sind noch mehr da. Wie schön. Na ja. Danke ihr Knights. Jetzt steht ihr wieder so doof da. Äh. Das ist Mist. 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 Du hast schon, du hast noch nicht. So, das... Danke schön. Ups, das wollte ich nicht. Naja, bei dem macht das glaube ich keinen großen Unterschied. So. So. Sehr schön. So. 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 Ähm, nicht wahr? Und was denn? Kommandant... Ja, ich bin's. Jo. Evil forces besiegers. We need warriors to defend the town. Aha, na gut. So... Hm... Hier treffen wir nämlich gleich auf Drachen. Hoffe ich. Wenn nicht ist das hier alles umsonst, was ich hier mache. Ich glaube aber, die sind hier... Toll, danke Spiel. Okay. Five civilization. A cry goes up. Ich habe die Dragon irgendwas. Aber offensichtlich attackieren die. Äh, es sind nur zwei. Na gut, das geht ja. Okay. Okay. Gut, hätten wir uns den Heaster schenken können. Okay. To the main gate, hold it at all costs. Was ist denn da jetzt los? Seawarks at the gate. Na toll. Wieso sagt ihr Seawarks at the gate? Das sind vor allem Patriarchs and Black Wizards. Diese paar Seawarks stören doch nicht weiter. Na gut. Na gut, na gut, na gut, na gut. Oh, da hältst du es noch an. Das ist ja super. Das ist ja super. Hm. Ja, es lieb, dass ihr dabei seid. Aber euch brauchen wir nicht. Hm. Ja, ich bin zu faul jetzt die Waffe zu wechseln. So. Und vorbei. Hurra. Ohoho. Das sieht besonders aus. Hm. Der Rest nicht. Na gut. Gut. You bar the gate, the town is safe. Gut. Dann gehen wir noch. Gucken wir noch mal beim Kommandante vorbei. Der irgendwas zu... Ja, ist doch gut. Sir Battle meets you. Good news. Our foes have left. Farewell. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen. Haben wir gut gemacht. Äh, das war's dann das... Äh, das war's dann für diesen kurzen Einschub. Äh, wir sehen uns dann, wie abgesprochen, beim nächsten Mal. Ähm... Äh, wo wollte ich denn hin? Nach Dulzimmer, glaube ich, ne? Ähm, ja. Das nächste Mal in Dulzimmer wieder. Also, bis dahin. Tschüss. eines immer vorsvorlich und zurenschen. Und dann noch Menschen die scriptures zu den flessieren. Jetzt flessetson Dos. Da kann ich uns Blesseden.